Die ersten Menschen Die ersten menschenähnlichen Wesen, die Australopithecinen, lebten vermutlich vor mehreren Millionen Jahren in Afrika. Ihr Gehirn war noch sehr klein und die Gebiss affenähnlich ausgeprägt. Diese sogenannten Vormenschen bewegten sich zwar bereits größtenteils zweibeinig voran, doch mit den heutigen Menschen sind sie nicht zu vergleichen. Unser erster nächster Verwandter war der Homo habilis, der geschickte Mensch. Er benutzte bereits Steine, um Nahrung zu zerteilen. Dafür brauchte er seine Hände, wodurch er gezwungen war, immer mehr aufrecht zu gehen. Aus diesen Frühmenschen, die in kleinen Verbänden lebten, entwickelte sich vor etwa 1,5 Millionen Jahren der Homo erectus, der aufrechtgehende Mensch, von dem Überreste in Afrika, Asien und Europa gefunden wurden. Der Homo erectus konnte Feuer machen. Starke Klimaveränderungen hatten zu ausgedehnten Wanderungen der Frühmenschen über die Kontinente geführt, die zum Teil noch verbunden waren. Vor etwa 200.000 Jahren entwickelten sich zeitgleich in Afrika der Homo sapiens, der vernunftbegabte Mensch, und in Europa der Neandertaler. Beide beherrschten vermutlich bereits eine sehr einfache Sprache. Sie stellten Werkzeug aus Feuerstein her. Deshalb nennt man diese Zeit auch Steinzeit. Diese Jäger und Sammler konnten sich jedoch noch keine Häuser bauen, sondern lebten in Höhlen. Besonders die Neandertaler mussten mit starker Kälte kämpfen, denn die letzte Eiszeit war noch lange nicht zu Ende. Die Neandertaler bestatteten ihre Angehörigen, was zeigt, dass sie bereits über den Tod nachgedacht haben. Wir heutigen Menschen stammen vermutlich von den Cro-Magnon-Menschen ab. Diese Steinzeitmenschen kamen aus Vorderasien nach Europa und verdrängten mit der Zeit die Neandertaler. Sie lebten in Höhlen oder bauten sich einfache Hütten oder Zelte. Sie verfügten schon über einen sehr großen Wortschatz und fertigten Kleidung, Schmuck, Werkzeuge und Jagdwaffen an. Die Cro-Magnon-Menschen lebten in größeren Verbänden und teilten Arbeiten wie Jagen, Beeren sammeln oder Kleidungsanfertigung untereinander auf. Die Höhlenmalereien in Frankreich, Spanien und in der Sahara sind Zeugnisse ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Dargestellt sind Tiere, die diese Menschen vermutlich jagten. Man geht davon aus, dass sie damit ihr Jagdglück beschwören wollten. Der wichtigste Fund aus der Jungsteinzeit ist der Ötzi. Dieser unter Schnee und Eis gut erhaltene Frühmensch wurde mit Waffen und Kleidungsresten 1991 in den Tiroler Alpen gefunden. Der Ötzi lebte vermutlich vor etwa 5.300 Jahren. Vor 10.000 Jahren wurden im Gebiet des fruchtbaren Halbmondes die ersten Bauern sesshaft. Sie entwickelten Werkzeuge zum Bearbeiten der Felder und legten Dörfer an. Besonders bekannt sind die Pfahlbauten. Die Landwirtschaft entstand und damit auch Bewässerungssysteme. Die ersten Getreidesorten wurden kultiviert und weiterentwickelt. Mit der Zeit fingen die Bauern an, mit Waren zu handeln. Vor etwa 6.000 Jahren entdeckten die Menschen, wie Ton zu haltbaren Gefäßen gebrannt werden konnte, sowie Methoden zur Metallgewinnung und Verarbeitung. Zunächst verarbeiteten sie Kupfer, doch es war zu weich. Daher vermischten sie es mit Zinn und erhielten ein wesentlich härteres Metall, Bronze. Mit dem Anbruch der Bronzezeit entstanden auch die ersten Hochkulturen. Die Zeitabschnitte Steinzeit, Bronzezeit oder Eisenzeit sind zeitlich nicht so klar einzugrenzen wie etwa das Mittelalter oder die Neuzeit. Sie beschreiben bestimmte Entwicklungsstufen der Menschen. So stoßen wir sogar heute noch auf Völker in Australien, Südamerika oder Afrika, die eine steinzeitliche Lebensweise aufweisen, während wir bereits im Internet surfen. Treffen derart unterschiedliche Welten aufeinander, ist die Frage berechtigt, ob wir diesen angeblich rückständigen Menschen mit unserem Fortschritt tatsächlich etwas Gutes tun. Das alte Ägypten Das alte Ägypten ist uns als das Land der Pharaonen und vor allem der Pyramiden bekannt. Der berühmte Fluss, der Nil, sorgt für die Bewässerung des Landes. Bei Hochwasser überschwemmt er die umliegenden Felder und bedeckt sie mit seinem fruchtbaren Schlamm. So hatte Ägypten trotz des heißen Klimas stets reichlich Nahrung für sein Volk und wurde sehr wohlhabend. Später war es sogar die Kornkammer des Römischen Reiches. Die Pharaonen waren die alleinigen, man sagt auch absoluten Herrscher. Lediglich die Oberpriester waren ebenfalls sehr einflussreich. Religion spielte eine sehr wichtige Rolle im Leben der Ägypter. Ihr höchster Gott war der Sonnengott Amun-Reh. Und alle Pharaonen sahen sich als dessen Söhne. Die Ägypter glaubten an ein Leben nach dem Tod und wollten deshalb auch die Körper der Toten für eine eventuelle Rückkehr der Seelen aufbewahren. Sie rieben die Leichen mit besonderen Salben ein und wickelten sie in lange Stoffstreifen. So wurden die Körper mumifiziert und hielten sich tausende von Jahren. Einmalig in der Geschichte sind die Gräber einzelner ägyptischer Herrscher, die Pyramiden. Wie riesige Steinberge ragen sie aus der Wüste empor. Unzählige Sklaven haben sie mit ihren Händen und einfachsten Flaschenzügen erbaut. Leider sind bis in die heutige Zeit fast alle Pyramiden von Grabräubern geplündert worden. In den Pyramiden finden wir Wandmalereien, die viel über das Leben im alten Ägypten erzählen. Sie zeigen Bauern und Fischer bei der Arbeit, religiöse Zeremonien, Schlachten und natürlich Szenen aus dem Leben der Toten. Die Maltechniken waren zwar noch sehr einfach, doch verfügten die Ägypter bereits über eine Schrift aus Symbolen und Bildern, die Hieroglyphenschrift. Sie ritzten ihre Zeichen nicht nur in Steine und Tontafeln, sondern schrieben auch richtige Bücher auf Papyrusrollen. Die Ägypter waren sehr fortschrittlich in der Baukunst. Ihre Häuser hatten zwei Stockwerke und bestanden aus Lehmziegeln. Auch das Dach diente als Wohnbereich. Die Städte waren bereits in einzelne Viertel für bestimmte Handwerker und Händler aufgeteilt. Das Reich der Ägypter war straff organisiert und unterlag strengen Gesetzen. Die Menschen waren sehr erfinderisch, aber auch sehr traditionsbewusst. Selbst das Volk lehnte Veränderungen ab. Das bekam auch der Pharao Echnaton zu spüren. Seine Gemahlin war die für ihre Schönheit bekannte Nofretete. Echnaton versuchte, einen neuen und einzigen Gott einzuführen und verlegte seine Hauptstadt von Theben nach El Amarna. Doch damit machte er sich bei seinem Volk sehr unbeliebt. Nach seinem Tod wurden alle Neuerungen wieder rückgängig gemacht. In der Spätzeit war Ägypten Teil anderer Reiche, zum Beispiel des Römischen Reiches. Nun gab es auch Frauen auf dem Thron. Die berühmteste Herrscherin dieser Zeit war sicherlich Kleopatra, die später den Römer Marc Antonius heiratete. Sie verlor ihr Reich schließlich an den römischen Kaiser Augustus und beging mit ihrem Mann daraufhin Selbstmord. Von nun an war der römische Kaiser ägyptischer Pharao. Bemerkenswertes Die Haltbarkeit der Mumien Für die Einbalsamierung der Toten wurden Hirn und Eingeweide entfernt und der Körper mit Mürrenpulver und anderen Duftstoffen gefüllt. Um ihm auch das Wasser zu entziehen, wurde er 70 Tage in Natronsalz eingelegt. Anschließend umwickelte man den Körper mit Leinenbinden, die man mit einer kleisterähnlichen Gummimasse überzog. Die Mumie kam in einen Holzsarg und dann in einen Steinsarkophag. Deshalb können wir auch heute noch in die Gesichter der damals großen Herrscher blicken. Die Hochkulturen Mesopotamiens Die zweite Hochkultur im Mittleren Osten, die von großer Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit war, lag im sogenannten Zwei-Strom-Land. Die Flüsse Euphrat und Tigris durchqueren dieses Gebiet, von dem man sagte, dass dort Milch und Honig flossen. Doch so fruchtbar war es gar nicht. Besonders im Süden mussten aufwendige Bewässerungssysteme angelegt werden, um die Landwirtschaft möglich zu machen. Im Süden Mesopotamiens wohnten die Babylonier und Sumerer. Im Norden lebten die Assyrer, die hauptsächlich Kaufleute und Nomaden waren und erst später, ab 1800 vor Christus, an Macht gewannen. Diese drei Völker waren die wichtigsten in dem Land, in dem noch viele weitere kleine Stämme lebten. Die Kultur Mesopotamiens wurde im Gegensatz zu der des sehr traditionsbewussten und isolierten Ägyptens durch viele verschiedene Einflüsse geprägt und bereichert. Umfangreiche Funde einer ähnlichen Keramikkunst zeigen sowohl in Mesopotamien als auch in Kleinasien, dass bereits ab Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus eine rege Produktion in diesem Bereich stattgefunden hat und blühender Handel betrieben wurde. Die Skulpturen waren wesentlich feiner gearbeitet als bei den Ägyptern. Außerdem errichteten die Menschen beeindruckende tempelähnliche Bauten auf Hochterrassen, sogenannte Zikorats. Auch die genaue Beobachtung der Natur war ihnen nicht fremd. Die Babylonier und Assyrer betrachteten intensiv die Sterne und versuchten aus der Stellung der Planeten, der Sonne und des Mondes die Zukunft vorauszusagen. Jeder Planet hatte eine besondere Bedeutung. Glück oder Unglück. Entlang der Flüsse gründeten die Menschen größere Siedlungen, die von Königen und Priestern beherrscht wurden. Aus diesen Siedlungen entstanden die ersten Städte. Nicht nur das berühmte Babylon war damals sehr bedeutend, sondern auch die sumerischen Städte Ur und Uruk. Die Sumerer bauten schon um 3000 vor Christus ihre Städte aus Lehmziegeln. Archäologen fanden in den Ruinen Urs, Goldschmuck, goldene Opfergefäße, kunstvoll gearbeitete Instrumente sowie goldene Helme und Dolche, die mit Edelsteinen besetzt waren. Auch Königspaläste waren schon gebaut worden. Besonders Uruk ist bekannt für seine große Tempelanlage und den 10 Kilometer langen Mauerring mit über 900 Türmen. Die Sumerer haben viele wichtige Dinge erfunden. Das Rad, die schnell drehende Töpferscheibe, das Rollsiegel und die Keilschrift. Diese Schrift bestand nicht aus Bildern wie die ägyptische Hieroglyphenschrift, sondern aus spitzen Strichen, die wie Dreiecke oder Keile aussahen und Silben wiedergaben. Die Sumerer schrieben in weichen Ton, der anschließend gebrannt wurde. Unzählige erhaltene Tontafeln erzählen die Sage des Helden Gilgamesch, Taten berühmter Könige oder enthalten Verträge und Warenlisten von Kaufleuten. Besonders berühmt ist das Gesetzbuch des Königs Hammurabi. Das erste Großreich der Geschichte entstand unter König Sargon I., der zunächst die sumerischen Städte vereinte und später ganz Mesopotamien. Hauptstadt wurde Akkad. Der einheitliche Staat förderte die Entwicklung von Wirtschaft und Kunst und konnte wesentlich stärkere Macht ausüben als ehemals die vielen kleinen Stadtstaaten. Der Handel gewann an Bedeutung, vor allem auch der Seehandel. Der Herrscher sah sich selbst als Stellvertreter Gottes. Ein Phänomen, das vermutlich ägyptischem Einfluss entstammt. Bemerkenswertes Die Entstehung der Woche Die Babylonier und Assyrer verehrten neben ihren Stadtgöttern auch die Sonne, den Mond und fünf Planeten, die uns als Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn bekannt sind und damals schon entdeckt waren. Jedem Planetengott widmeten sie einen Tag. Aus den sieben Tagen ist unsere Woche entstanden. Die ursprünglichen Namen sind später durch griechische, römische oder auch germanische Götternamen ersetzt worden. Im Französischen heißt zum Beispiel Mittwoch, Mercredi von Merkur. Im Deutschen haben wir heute noch einen Sonn- und Mondtag. Die Griechen Auf der Insel Kreta im Ägäischen Meer lebte zwischen 1500 und 1200 v. Chr. das Volk der Minoer, von dessen Reichtum und hochentwickelter Kultur noch prunkvolle Paläste zeugen, wie der Palast von Knossos. Der Sage nach ließ König Minos ihn erbauen. In einem Labyrinth unter dem Palast wohnte laut Mythos der Minotaurus, ein Wesen mit einem Menschenkörper und einem Stierkopf, der von den Bewohnern Menschenopfer verlangte. Im zweiten Jahrtausend v. Chr. wanderten neue Völker in das Gebiet des heutigen Griechenland ein. Sie schufen die mykenische Zivilisation, in der adlige Krieger von festen Burgen aus das Land beherrschten. Die mykenische Kultur wurde von der Minoischen stark beeinflusst. Nach dem Untergang der mykenischen Zivilisation um 1200 v. Chr. entstanden die griechischen Stämme der historischen Zeit, Dionia, Eolia und Dora. Sie bildeten Stadtstaaten, sogenannte Poleis, und führten häufig Krieg gegeneinander. Besonders hervorgetan haben sich dabei das dorische Sparta auf dem Peloponnes und das von den Joniern gegründete Athen auf der Halbinsel Attika. Zwar rissen immer wieder einzelne Adlige, Tyrannen genannt, die Herrschaft der kleinen Staaten an sich, doch das Volk wehrte sich häufig. Viele Regierungswechsel prägten die damalige Politik. Von den Phöniziern, einem seefahrenden Händlervolk aus Vorderasien, übernahmen die Griechen etwas sehr Wichtiges, die Schrift. Das waren keine Bilder oder Silben mehr, sondern Buchstaben. Einige griechische Buchstaben begegnen uns im Mathematikunterricht. Alpha, Beta und Gamma-Winkel und Pi, die Kreiszahl, die man für die Berechnung von Kreisinhalten benötigt. Dennoch wurde die Erinnerung an wichtige Ereignisse weiterhin von fahrenden Sängern wie dem noch heute berühmten Homer mündlich überliefert. Die Spartaner führten ein hartes und einfaches Leben. Die Jungen verließen schon im Alter von sieben Jahren ihre Familie und verbrachten ihr ganzes Leben im Militärdienst. Den größten Teil der Bevölkerung bildeten staatseigene Sklaven, die Heloten, die in der Landwirtschaft arbeiten mussten. Auffällig an der Regierung Spartas war, dass zwei Könige gleichzeitig an der Spitze standen. Die spartanischen Bürger durften in der Volksversammlung mit Ja oder Nein stimmen. Die Leitung der Politik hatten die Herrscher und der Ältestenrat. Der athenische Staat war weniger kriegerisch organisiert. Die Athener handelten mit Öl, Getreide und Metall und fuhren zur See. Auf dem Athener Marktplatz, Agora genannt, trafen sich die Bürger zu politischen Versammlungen. Jeder konnte hier sein Anliegen vorbringen. Die Mitsprache der Bürger hatte der Staatsmann Solon ermöglicht. Seine Gesetzesänderungen und die späteren Reformen des Kleistenes bildeten die Grundlage für die Demokratie. Die Griechen führten oft Krieg mit den Persern, deren Reich sich bis nach Ägypten und Indien ausdehnte. Beim Marathon kam es zu einer entscheidenden Schlacht, welche die Athener überraschend gewannen. Nach einem erneuten, aber erfolglosen Angriff unter ihrem König Xerxes gaben die Perser schließlich eine Eroberung Griechenlands auf. Die griechischen Stämme waren durch zwei Dinge eng verbunden, durch die Religion und Feste wie die Olympischen Spiele. Hier maßen sich auserwählte Männer in verschiedenen Sportarten und die Sieger wurden als Helden gefeiert. Bemerkenswertes Demokratie im heutigen Sinne? Einerseits übertraf das Mitbestimmungsrecht der Athener Bürger unsere Vorstellungen von Demokratie, denn jeder dürfte seine Anliegen vor die Volksversammlung bringen. Durch eine jährliche Wiederwahl und das spätere Scherbengericht, eine Abstimmung mittels Tonscherben über den Sturz eines Politikers, waren die Machthaber gut zu kontrollieren. Doch andererseits galt ab dem 5. Jahrhundert vor Christus nur noch derjenige als Bürger, dessen beide Eltern Athener waren. Frauen, Fremde und Sklaven hatten keine politischen Rechte. Klassische Zeit und Hellenismus Der Staatsmann Perikles aus Athen schloss 448 v. Chr. mit dem persischen Großkönig ein Friedensabkommen und handelte mit den Spartanern einen Waffenstillstand für 30 Jahre aus. Er führte ein, dass jene Bürger, die ein öffentliches Amt übernahmen, dafür bezahlt wurden und brachte Athen zu seiner größten Blüte. Mächtige Gebäude entstanden, unter anderem wurde der Parthenon-Tempel auf der Akropolis erbaut. In der klassischen Zeit erfuhr Griechenland eine große kulturelle Blüte. Vor allem das Theater wandelte sich zu einer eigenständigen Kunstform. Auf ihm baut unser heutiges Drama auf. Es gab zwei Gattungen. Die Tragödie, die von historischen Personen und Helden erzählte und eine moralische Botschaft enthielt. Und die Komödie, die das Gesellschaftsleben humorvoll kritisierte. Auf der Bühne standen nur Männer. Sie trugen sehr ausdrucksstarke Masken. Selbst Spezialeffekte hatten sich die Griechen bereits ausgedacht. Zum Beispiel konnten mithilfe eines Krans die Schauspieler fliegen oder plötzlich auftauchen und wieder verschwinden. Das erste Theaterfestival fand 534 v. Chr. zur Feier des Weingottes Dionysos statt und wurde jedes Jahr wiederholt. Griechische Komödien und Tragödien wie die von Aristophanes, Eichelos und Eurypides gehören heute noch fest ins Programm unserer Theater- und Opernhäuser. Nach 15 Jahren Waffenstillstand brach zwischen Athen und Sparta 431 v. Chr. der Peloponesische Krieg aus. Die Griechen waren durch die langen Kämpfe schließlich so geschwächt, dass sie den 339 v. Chr. einfallenden Makedonen, deren Reich nördlich von Griechenland lag, keinen Widerstand mehr leisten konnten. Der makedonische König Philipp II. konnte die vielen griechischen Stadtstaaten bezwingen, und bewog sie zu einem Bündnis gegen den gemeinsamen Feind, die Perser. Philipp II. wurde ermordet und sein Sohn Alexander kam an die Macht. Alexander zeigte großes Interesse an den Helden der Ilias und an griechischer Bildung. Sein Lehrer war der berühmte Philosoph Aristoteles. Alexander der Große besiegte die Perser endgültig 333 v. Chr. bei der Schlacht von Issos. Doch das genügte ihm nicht. Er führte sein Heer nach Ägypten, durch ganz Asien bis nach Indien und schuf eines der größten Weltreiche in der Geschichte der Menschheit. Erst als sein Heer sich in Indien weigerte weiterzuziehen, kehrte er um. Für die Verwaltung dieses großen Reiches wurden einheimische, makedonische und griechische Stadthalter eingesetzt. Die Einheimischen übernahmen zum größten Teil die griechische Lebensweise und ahmten die griechische Kunst nach. Diese Kulturepoche nennen wir heute Hellenismus. Unter Alexander und nach dem Zerfall seines Reiches entstanden neue politische und wirtschaftliche Zentren wie Alexandria in Ägypten und Pergamon in Kleinasien. Der Handel blühte bis weit über den Mittelmeerraum hinaus. Kultur und Geistesleben spielten eine große Rolle. Die Lehren der griechischen Philosophen gehörten inzwischen zur Allgemeinbildung. Gelehrte aus Europa und Asien tauschten ihr Wissen über Mathematik, Astronomie und Medizin aus. Bemerkenswertes Das Kulturerbe der Griechen Im geistigen Leben haben die Griechen die Grundlagen unserer Kultur geschaffen. Sie erfanden die Geografie, Philosophie, Redekunst, Naturwissenschaft, Mathematik, Physik, Medizin, Dichtkunst, Geschichtsschreibung, das Theater und den Sport. Philosophische und literarische Autoren dieser Zeit sind noch heute von Bedeutung. In der Renaissance ließen europäische Künstler die griechische Kunst wieder aufleben und erhoben sie zum Maß aller Dinge. 1896 wurden die Olympischen Spiele zu neuem Leben erweckt und unsere Sportler tragen das olympische Feuer von Griechenland aus ins jeweilige Gastland. Europa wäre ohne das Erbe Griechenlands sicher nicht das, was es heute ist. Das Römische Reich Rom wurde der Legende nach 753 v. Chr. von Romulus gegründet und entwickelte sich zu einer mächtigen Stadt. Nach dem Sieg über König Pyrrhus beherrschten die Römer ganz Italien und nach den Punischen Kriegen gegen den Feldherrn Hannibal und seine Elefanten aus dem nordafrikanischen Kartago den westlichen Mittelmeerraum. Die Römer hatten sehr gute Baumeister, die gepflasterte Straßen wie die Via Appia anlegten, auf denen das Heer, Kaufleute und Kuriere reisten. Außerdem errichteten sie bedeutende Gebäude wie das große Amphitheater in Rom, das Kolosseum, prunkvolle Thermen und imposante Triumphbögen wie den Konstantinsbogen. Erstaunlich waren auch die Aquädukte, über große Strecken geführte oberirdische steinerne Wasserleitungen, die das Wasser von den Bergen in die Städte leiteten. Von Italien aus expandierten die Römer und schufen im Laufe der Zeit ein riesiges Reich. Das Römische Reich bestand aus vielen Provinzen, die von römischen Amtsträgern verwaltet wurden. Die besiegten Völker zahlten Steuern und mussten Truppen stellen, aber die Römer beließen ihnen eine lokale Selbstverwaltung und sie durften auch ihre Religionen frei ausüben. Viele nahmen den römischen Lebensstil an, doch das römische Bürgerrecht besaßen nur wenige Menschen. Erst 212 nach Christus wurde es von Kaiser Caracalla an alle freien Reichsbewohner verliehen. Die Grundlage des römischen Rechtssystems war Mitte des 5. Jahrhunderts das Zwölftafelgesetz, das auf zwölf bronzene Tafeln schriftlich festgehaltene Gewohnheitsrecht. Die römische Staatsordnung beruhte auf der Volksversammlung, dem Senat und den Magistraten. Doch der Senat, in dem die erfahrensten Politiker saßen, bestimmte die Richtlinien der Politik. Es gab immer wieder politische Machtkämpfe. An diesen beteiligte sich auch der charismatische Politiker und Feldherr Gaius Julius Caesar. Nachdem er seinen Konkurrenten Pompejus geschlagen hatte, erhob er sich zum Alleinherrscher über Rom. Caesar eroberte Gallien, Teile Spaniens und das linksrheinische Germanien. Sein Adoptivsohn Octavian, der später den Ehrennamen Augustus erhielt, war der größte Eroberer der römischen Geschichte. Er vervollständigte die Besetzung Spaniens und fügte die Alpenländer, Süddeutschland, den nördlichen Balkan, große Teile Kleinasiens und Ägypten in das römische Reich ein, brachte diesem aber auch eine lange Zeit des Friedens, Pax Romana oder römischer Friede genannt. Augustus ordnete das Reich neu und wurde 27 vor Christus erster römischer Kaiser. Die Nachfolger des Augustus waren zum Teil schwache Regenten und so kam es zu politischen Unruhen. Als besonders unberechenbarer Herrscher erwies sich Nero. Als in Rom ein großer Brand ausbrach, gab er den Christen die Schuld daran und ließ sie verfolgen und hinrichten. Im zweiten Jahrhundert nach Christus wurde der Limes, ein steinerner Grenzwall mit Verteidigungstürmen errichtet, um Anstürme der Barbaren, insbesondere der Germanen, abzuwehren. Doch im dritten Jahrhundert drohte das Reich unter den Angriffen fremder Völker und unter Bürgerkriegen zu zerbrechen. Kaiser Diokletian gelang es, durch eine Heeresreform, die Straffung der Verwaltung und die Einrichtung eines Kollegiums von vier Kaisern, der Tetrarchie, das Reich zu erneuern. Bemerkenswertes Was ist ein Pyrrhos-Sieg? König Pyrrhos von Ipirus kam der Stadt Tarent gegen die Römer zu Hilfe. Er siegte in den Schlachten von Heraklea und Auskolum, jedoch unter furchtbaren Verlusten. Sein Friedensangebot wurde von den Römern abgelehnt. Heute wird solch ein Sieg, bei dem man sehr viel verliert, Pyrrhos-Sieg genannt. Die Spätantike Mit dem Begriff Spätantike bezeichnet man den Übergang von der römischen Kaiserzeit zum Frühmittelalter. In dieser Zeit fanden große Veränderungen statt. Während Kaiser Diokletian die Christen noch heftig verfolgt hatte, begann sein Nachfolger Kaiser Konstantin, sie zu tolerieren. Vor einer Schlacht gegen den ehemaligen Unterkaiser Maxentius hatte er im Traum die Vision, er würde unter dem Zeichen des Kreuzes siegen. Das geschah tatsächlich. Mit dem Mailänder Edikt von 313 erlaubte Konstantin den Christen, ihre Religion frei auszuüben. Er privilegierte zunehmend die kirchlichen Organisationen und das katholische Glaubensbekenntnis. Das Christentum wurde Staatsreligion. Konstantin machte die Stadt Byzans, heute Istanbul, im Osten zu seinem Herrschersitz und nannte sie Konstantinopel. Als sich nach 395 der griechisch- und lateinisch sprechende Reichsteil unter je einem Kaiser allmählich auseinanderentwickelten, wurde Konstantinopel Hauptstadt des Oströmischen Reiches, während diese Rolle im Westen Ravenna übernahm. Im Oströmischen Reich entwickelte sich später die griechisch-orthodoxe, im Weströmischen Reich die katholische Kirche. Um einem Ansturm der Hunnen zu entkommen, flüchtete der westgotische Stamm der Germanen ins Römische Reich und durfte sich dort ansiedeln. Doch bald gerieten die Westgoten in Streit mit den Römern. Daraufhin zogen sie unter ihrem König Alarich nach Athen, kehrten dann aber ins Römische Reich zurück und eroberten im Jahr 410 Rom. Anschließend ließen sie sich in Südfrankreich und Spanien nieder. Ihnen folgten andere germanische Stämme. Damit brach die Zeit der Völkerwanderung an. Die Germanen plünderten und zerstörten die römischen Städte und siedelten sich als Bauern an. In Nordafrika gründeten die Vandalen sogar ein eigenes Königreich. Die Hunnen schufen ein Großreich in Südrussland und auf dem Balkan und drangen sogar bis nach Frankreich vor. Nach einer unentschiedenen Schlacht auf den katalanischen Feldern zwischen Troyes und Chalon, Nordfrankreich, 451, in der alle Truppen des Römischen Reiches und auch Germanische gegen die Hunnen und ihren König Attila kämpften, zog das wilde Reitervolk bis vor Rom. Papst Leo schaltete sich als Vermittler ein und wie durch ein Wunder zog Attila unverrichteter Dinge wieder ab. Doch das weströmische Reich war stark geschwächt. Sein letzter römischer Kaiser, Romulus Augustulus, wurde 476 von dem Germanen Odoaca entmachtet. Im oströmischen Reich, dem Byzantinischen Reich, waren indessen die Ostgoten unter König Theoderich eingefallen. Doch der oströmische König überredete sie, nach Westen abzuziehen und sich in Italien niederzulassen, was sie dann auch taten. Theoderich entmachtete Odoaca und wählte Ravenna zu seiner Hauptstadt. In Konstantinopel kam 527 Kaiser Justinian an die Macht. Er ließ alle Gesetzestexte sammeln und in dem Gesetzbuch Corpus Juris Civilis Justiniani zusammenfassen. Noch heute sind sie die Grundlage der Rechtsprechung. Er hatte auch die Vision, das römische Reich wieder zu vereinen und schaffte es auch, Theoderich und die Ostgoten zu besiegen. Doch 568 fiel der germanische Stamm der Langobarden in Italien ein und übernahm dort die Herrschaft. Bemerkenswertes Vandalismus Die Vandalen siedelten zeitweilig im heutigen Polen. Im Jahr 406 überquerten sie den Rhein und zogen plündernd nach Spanien, wo sie sich niederließen. Ein Teil zog nach Nordafrika weiter und gründete auf römischem Boden einen eigenen Staat mit Kartago als Herrschersitz. Von dem Namen der Vandalen leitet sich der Begriff Vandalismus ab, obwohl die Vandalen keineswegs mehr zerstörten und plünderten als andere Stämme. Aber sie eroberten und plünderten im Jahr 455 Rom und dies brachte ihnen ihren schlechten Ruf ein. Eroberungen durch den Islam Am Ende des 6. Jahrhunderts lebte in Arabien in der Stadt Mekka ein Mann namens Mohamed. Er war ein belesener Kaufmann und pflegte viele Kontakte zu Juden und Christen. Mohamed war sehr beeindruckt von deren Glauben an einen einzigen und allmächtigen Gott. Sein eigenes Volk betete die Gestirne an und einen heiligen Stein, der im Heiligtum Kaaba in Mekka lag. Eines Tages, so heißt es, sei der Erzengel Gabriel erschienen und habe ihm befohlen, den Koran zu schreiben und die Lehre Allahs, Arabisch für Gott, zu verkünden. Mohamed predigte von dieser Erscheinung, aber nur einige wenige Pilger, die durch Juden in ihrer Heimatstadt bereits von dem Glauben an nur einen Gott gehört hatten, wurden aufmerksam auf seine Lehren. Besonders erzürnt waren die Wächter der Kaaba und verurteilten Mohamed als Hochverräter zum Tod. Als sie in sein Haus eindrangen, gelang ihm rechtzeitig die Flucht durch ein Hinterfenster. Mohamed folgte den Pilgern in ihre Stadt, das heutige Medina. Dort begann er zu predigen und Anhänger um sich zu sammeln. Er verhieß den Gläubigen das Paradies nach dem Tod, sollten sie heldenhaft im Kampf um ihren Glauben sterben. Bald zog er mit seinen Anhängern zurück nach Mekka und eroberte die Stadt. Nach Mohameds Tod 632 folgten seine Nachfolger Abu Bakr und Omar dem Aufruf im Koran, bekämpfe die Ungläubigen, bis jeder Widerstand gebrochen ist, und fielen in Palästina, Persien und Ägypten ein, wo sie unter anderem die Bibliothek von Alexandria mit ihren 700.000 Bücherrollen zerstörten. Das muslimische Heer setzte seinen Eroberungsfeldzug nach Indien, über ganz Nordafrika und bis nach Spanien fort. Sogar Sizilien wurde besetzt. Von Spanien aus zogen die Muslime nach Frankreich, doch ein großes Heer unter dem fränkischen Reichsverwalter Karl Martell konnte sie zurückschlagen. In den besiegten Ländern ließen sich die Araber nieder und übernahmen Teile der einheimischen Kultur. Von den Persern erlernten sie zum Beispiel die Teppichknüpfkunst und die Architektur. Die Muslime fingen an, prachtvolle Moscheen und Paläste zu bauen. Da ihnen ihr Glaube das Abbilden von Tieren und Menschen verbot, schufen sie kunstvolle Muster. Der Kontakt mit der griechischen Kultur des vorderen Orients regte die Araber an, sich mit den Wissenschaften zu beschäftigen. Sie zerstörten keine Bibliotheken mehr, sondern sammelten alle erdenklichen Schriften und entwickelten eine beachtliche Gelehrsamkeit. Wir verdanken ihnen die Algebra und die arabischen Ziffern, mit denen wir heute rechnen. Am Ende des 8. Jahrhunderts beherrschten die Muslime ein riesiges Reich. Der Islam war zu einer neuen Weltreligion geworden und das arabische Wissen führte zu tiefgreifenden Entwicklungen und Veränderungen in der damals bekannten Welt. Im 10. Jahrhundert gewannen die Seltschuken, ein Turkvolk östlich des Kaspischen Meeres, an Macht und Einfluss. Sie eroberten zunächst Bagdad und fielen dann in Syrien, Armenien und Anatolien ein. 1071 besiegten die Seltschuken die Byzantiner in der Schlacht bei Manzikert. Damit wurde der Grundstein für die Herrschaft der Türken in Anatolien gelegt. Bemerkenswertes Arabische Ziffern Die arabischen Zahlen haben im Unterschied zu den römischen Buchstaben, mit denen man vorher rechnete, einen Stellenwert. Tausender, Hunderter, Zehner und Einer. Mit ihnen lässt es sich wesentlich einfacher multiplizieren oder dividieren. Das Zahlensystem stammt ursprünglich aus Indien. So sind die Zahlen 4 bis 9 vermutlich Reste der Anfangsbuchstaben der indischen Zahlen. Der Begriff Ziffer kommt aus dem Arabischen. Das Mittelalter Früher galt das Mittelalter als finsteres Zeitalter, da die Menschen scheinbar vieles, was sie bisher erlernt hatten, wieder vergessen hatten. Doch diese Sichtweise ist zu einseitig. Zunächst entwickelte sich die Kirche zu einer einflussreichen Macht. Vor allem irische Mönche missionierten auf dem europäischen Festland. Der merovingische Frankenkönig Clodwig ließ sich und sein Volk 496 taufen. Er herrschte über große Teile des heutigen Deutschlands, Belgiens und Frankreichs. Doch das Reich war in seiner Einheit gefährdet, da seine Nachfolger in ständiger Fede lagen. Erster Karolinger Pippin III., der erst Reichsverwalter und dann König war, und sein Sohn Karl der Große stellten die Einheit und Macht des Reiches wieder her. Karl baute eine Reichsverwaltung auf, er ließ Gesetze und richtete Schulen ein. Er ernannte Richter und Bischöfe und holte bedeutende Gelehrte an seinen Hof nach Aachen. An Weihnachten des Jahres 800 wurde Karl vom Papst in Rom zum Kaiser über das Heilige Römische Reich gekrönt. Mit der Krönung Karls zum Kaiser, von Lateinisch Cäsar, wurde das abendländische Kaisertum begründet. Die Kaiserwürde erhielt ein Herrscher nur durch die Salbung und Krönung durch den Papst. Damit wurde er zum Beauftragten Gottes, zum Schirmherr der Christenheit und der römischen Kirche. Die Wikinger fielen in den Nordwesten Frankreichs ein, das asiatische Reiterfolg der Magiaren drang von Ungarn bis nach Süddeutschland vor. Mehrere Reichsteilungen führten schließlich zur Entstehung eines West- und Ostfränkischen Reiches. Letzteres wurde das Reich der Deutschen. Deren König Otto der Große schlug die Magiaren 955 zurück und zog nach Italien. Er unterwarf die zerstrittenen langobardischen Fürsten und wurde vom Papst zum Kaiser gekrönt. Das Heilige Römische Reich gewann wieder an Macht und Stärke. Der Kaiser hatte als deutscher König das Recht, in Deutschland zu bestimmen, wer Bischof wurde. Doch der Papst beanspruchte dieses Recht für sich alleine. Damit begann der Investiturstreit und spitzte sich zwischen Papst Gregor VII. und König Heinrich IV., der aus dem Geschlecht der Salier stammte, zu. Der Papst schloss Heinrich aus der Kirche aus. Damit wurde jedoch die Herrscherwürde des Königs in Frage gestellt. Heinrich musste nachgeben, reiste zum Papst nach Canossa und bat um Vergebung. Als der Papst zur Befreiung Jerusalems von den Muslimen aufrief, folgten die Ritter Europas diesem sofort. Insgesamt fanden zwischen 1092 und 1215 sieben Kreuzzüge statt. Die Kreuzritter eroberten schließlich Jerusalem, doch der Sieg wehrte nicht lange. Auf einem dieser Kreuzzüge starb Kaiser Friedrich Barbarossa, italienisch Rotbart, der aus dem Geschlechter Staufer stammte und 1125 deutscher König geworden war. Er hatte die Herrschaft in Italien zu festigen versucht, denn dort gab es reiche Städte und wichtige Seehäfen. Sein Nachfolger Friedrich II. war ein sehr gebildeter Herrscher. Er schaffte in Italien die Lehnsherrschaft ab und richtete ein Beamtentum ein. Mit seinem Tod 1250 endete die Macht der staufischen Kaiser. Nach einer Zeit politischer Unruhen wurde im Jahr 1273 Rudolf von Habsburg deutscher König. Die französischen Könige bauten inzwischen Frankreichs Machtstellung aus. Sie zwangen sogar den Papst, sich in Avignon anzusiedeln, um ihn besser zu kontrollieren. Dann brachen zwischen Frankreich und England Streitigkeiten um Landbesitz und den Thronanspruch aus. Das führte 1339 zum Hundertjährigen Krieg. Bemerkenswertes Der Gang nach Canossa Als Heinrich IV. von Papst Gregor VII. aus der Kirche ausgeschlossen wurde, nutzten das viele Fürsten, um sich von ihm loszusagen. Der König erkannte seine schwierige Lage und gab nach. Er reiste zum Papst nach Canossa, wo dieser sich mit den Gegnern Heinrichs treffen wollte. Drei Tage ließ der Papst Heinrich im Schnee warten, bis er ihm schließlich vergab und den Bann aufhob. Heute nennt man das öffentliche Nachgeben einen Gang nach Canossa. Alltag im Mittelalter Alltag im Mittelalter Der Alltag im Mittelalter war sehr stark von der Religion geprägt. Die Klöster waren für die Bildung, das Krankenwesen und die Seelsorge zuständig. Die Mönche konnten fast als einzige lesen und schreiben. Sie kopierten alte Texte von Hand und verzierten sie kunstvoll, mit Buchmalerei. Dadurch sind uns viele Schriften aus der Antike erhalten geblieben. Die Klöster wurden vor allem durch Erbschenkungen sehr reich. Herrscher holten sich Mönche als Schreiber und Berater an den Hof. Dadurch gewann die katholische Kirche auch politisch immer mehr an Macht. Das Volk hingegen stand in Abhängigkeit von den Adligen. Die Bauern waren leibeigene, das heißt, sie gehörten einem Herrn, auf dessen Grund sie hart arbeiten und dem sie den größten Teil der Ernte abgeben mussten. Dies nennt man Grundherrschaft. Die Grundherrschaft, das sogenannte Lehenswesen, auch Feudalsystem von lateinisch phandom lehen, war die Basis der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung. An der Spitze der Gesellschaftspyramide stand der König. Danach kamen der hohe Adel und die hohen kirchlichen Würdenträger. Auch die Adligen waren in gewisser Weise abhängig, nämlich von ihrem König. Sie bekamen vom König Land geliehen, also ein Lehen, sowie politische und gesellschaftliche Vorrechte, mussten aber dafür im königlichen Heer dienen und Steuern zahlen. Die bewaffneten Reiter, Ritter genannt, entwickelten sich bald zu einem eigenen, dem dritten Stand. Sie erhielten ebenfalls meist vom hohen Adel ein Lehen. Infolge der Kreuzzüge bildeten sie mächtige Ritterorden und gründeten im Orient eigene Staaten. Strenge Regeln und hohe Ideale formten die ehemals wilden Soldaten zu Edelmännern. Auch Bildung wurde in diesen Kreisen immer wichtiger. Es entwickelte sich eine höfische Liebesdichtung, der Minnesang. Ganz unten in der Gesellschaftspyramide standen die Bauern. Sie waren für die Ernährung der gesamten Bevölkerung zuständig, hatten aber keinerlei Rechte. Im Frühmittelalter war die Wirtschaft in Deutschland vom Tauschhandel bestimmt. Es gab noch keine großen Handelszentren und kaum Geld als Zahlungsmittel. Erst im 12. Jahrhundert erlangten immer mehr Städte das Markt- und Münzrecht sowie Selbstverwaltung und nahmen am Fernhandel über Italien und Frankreich teil. Handelsmessen wurden nun in Leipzig und Frankfurter Main abgehalten. Die Handwerker schlossen sich in Zünften zusammen und erlangten politischen Einfluss. Münzgeld wurde ein gängiges Zahlungsmittel und ein Bankwesen wurde gegründet. Das Geldverleihen gegen Zinsen übernahmen vor allem die Juden, denen man unter anderem im 9. Jahrhundert den Landbesitz und den Militärdienst verboten hatte. Sie wurden deshalb Handwerker, Ärzte und Pfandleier. Als Letztere erlangten sie großen Einfluss, da sich bei ihnen Adlige und Herrscher verschuldeten. Doch es brachte ihnen auch viel Missgunst ein. Sie hatten im Mittelalter öfter unter grausamen Verfolgungen, sogenannten Pogromen, zu leiden. Reiche Kaufmannsfamilien gründeten zum Schutz gegen Wegelagerer sogenannte Handelsgesellschaften. Besonders reiche und mächtige Kaufleute und Adelsfamilien waren die Fugger in Augsburg und die Medici in Florenz. Außerdem schlossen sich zahlreiche im See handeltätige Städte zu einem Bund zusammen, der Deutschen Hanse. Mitte des 14. Jahrhunderts brach neben dem Hundertjährigen Krieg eine weitere Katastrophe über Europa herein. Die Pest. Fast ein Drittel der europäischen Bevölkerung starb. Die Wirtschaft brach zusammen und viele Menschen zogen vom Land in die Stadt, um Arbeit zu finden. Bemerkenswertes Die Spuren der Ritterorden In Verbindung mit den Kreuzzügen legten viele Ritter Keuschheits- und Armutsgelübde ab und traten Ritterorden bei, den Templern, Johannitern oder dem Deutschen Ritterorden. Die Johanniter widmeten sich im Mittelalter unter anderem der Pflege der Kranken und errichteten in Jerusalem ein Krankenhaus und eine Kirche für den Heiligen Johannes. Zuletzt hatten sie ihren Hauptsitz auf Malta, daher nannte man sie später auch Malteser. Der Orden existiert heute als gemeinnütziger Verein. Die Johanniter und Malteser führen Krankenhäuser und widmen sich der Altenpflege. Entdecker im Mittelalter Als die ersten europäischen Entdecker im Mittelalter gelten die Wikinger, was die umfassende Bezeichnung für die Bewohner Skandinaviens ist. Im 8. Jahrhundert fielen sie mehrfach in Irland ein, plünderten die Klöster und eroberten und besiedelten schließlich die Insel. Danach überfielen sie England. 1016 bestieg sogar ein Wikinger den englischen Thron. Knut, der Große, errichtete ein dänisch-norwegisch-englisches Wikingerreich. Dänische Wikinger segelten bis nach Frankreich und ließen sich in der heutigen Normandie nieder. Daher nannte man sie später auch Normannen. Unter Herzog Wilhelm eroberten die Normannen 1066 England. Die norwegischen Wikinger entdeckten Island und Grönland und segelten bis an die nordamerikanische Küste. Die schwedischen Wikinger hingegen orientierten sich nach Osten. Sie fuhren mit ihren Schiffen die russischen Flüsse entlang bis zum Schwarzen und zum Kaspischen Meer. Einige Wikinger-Stämme zogen plündernd bis ins heutige Italien, nach Nordafrika und Spanien. Die Wikinger erbeuteten viele Reichtümer und brachten Schrecken und Unruhe über Europa. Die Italiener waren wie ihre römischen Vorfahren sehr reisefreudig. Der junge Venezianer Marco Polo brach im Jahr 1271 nach Asien auf. Er kam dort an den Hof des Mongolen Kubilai Khan, wo er mehrere Jahre verbrachte. Im Auftrag des Mongolenfürsten unternahm er viele Reisen, unter anderem bis an die chinesisch-tibetische Grenze. Sein Reisebericht von Venedig nach China ist heute noch eine faszinierende Lektüre. Auch die Spanier, an deren Küste ja die Phönizier das bekannteste Seefahrervolk der Antike Kolonien gegründet hatten, waren neugierig auf unbekanntes Land. Ein Sohn des Königs von Portugal, Heinrich, war in Marokko auf Schätze aus Westafrika gestoßen, die seine Neugierde weckten. 1424 schickte er seine Seemänner die westafrikanische Küste hinunter. Sie sollten das Land erforschen. Um diese nicht einfachen Entdeckerreisen zu ermöglichen, ließ Heinrich einen neuen leichten Schiffstyp, die Karavelle und neue Navigationsinstrumente entwickeln, sowie präzise angelegte Karten erstellen. Kompasse aus magnetisiertem Metall und Stein hatten bereits die Chinesen erfunden. In Sagres, Portugal, gründete Heinrich die erste Seefahrerschule der Welt. Man gab ihm später auch den Beinamen der Seefahrer oder der Navigator. Auch die Chinesen und die Araber schickten ihre Männer auf die Suche nach neuen Handelsrouten in die Welt. Der Ming-Kaiser Yongle entsandte seinen Admiral Tseng He mit seiner sorgfältig ausgerüsteten Flotte von 62 Schiffen zwischen 1405 und 1433 auf sieben Expeditionen nach Indonesien, Persien und Ostafrika. Der marokkanische Anwalt Ibn Battuta erforschte Russland, Zentralasien, Indien, Südchina und ebenfalls Afrika. Überhaupt reisten die Muslime mit ihren Handelskarawanen unermüdlich durch die Gegenden Afrikas und erforschten neue Routen. Bemerkenswertes Heinrich von Portugal Der Seefahrer Heinrich, der Seefahrer, segelte nie selbst in die unbekannten Länder, die seine Männer entdeckten. Er war nur ein Theoretiker. Doch unter seiner Anleitung vollbrachten seine Seeleute Erstaunliches. Sie umsegelten Cap Bojador, Cap Blanc und Cap Verde und entdeckten am Nachthimmel das Kreuz des Südens als wichtigen Navigationspunkt. Ihre Entdeckungen bildeten die Grundlage für die spätere Seeherrschaft der Portugiesen und für die neuzeitliche Seefahrt. Die Renaissance Die Renaissance nahm ihren Ausgang in Norditalien. Besonders in den reichen Städten verlangte die Bevölkerung verstärkt nach Freiheit und Selbstständigkeit. Gefördert wurde dieses Bestreben durch eine immer breitere Bildung. Man hatte die Antike und ihre Ideen wiederentdeckt. So wurden zum Beispiel Häuser und Kirchen im antiken Stil erbaut, die antiken Philosophen und Schriftsteller gelesen und studiert. Neben den Lehren der Kirche gewannen erstmals die Naturwissenschaften an Bedeutung. Natur und Umwelt wurden nicht mehr bloß als gegeben hingenommen, sondern von Künstlern und Gelehrten wie Leonardo da Vinci untersucht und hinterfragt. Diese Periode markiert auch das Ende der Ritterzeit. Man hatte inzwischen das Schießpulver erfunden. Dadurch mussten die Ritter so schwere Rüstungen tragen, dass sie sich kaum noch bewegen konnten. Mit dem Habsburger Kaiser Maximilian I. starb 1519 der letzte Ritterkaiser. Maximilians Enkel und Nachfolger Karl V. war der erste Kaiser in der neuen Zeit. Sein großes Reich umfasste das spätere Deutschland, Belgien, Holland, Spanien und das neu entdeckte Amerika. Karl V. herrschte damit über ein Gebiet, in dem die Sonne nie unterging. Als erste große politische Herausforderung musste sich Karl V. mit dem Mönch Martin Luther auseinandersetzen, der mit seinem Widerstand vor allem gegen die Ablassgesetze, dem Freikauf von Sündenstrafen, den Papst furchtbar erzurnt hatte. Er lud Luther 1521 vor den Reichstag in Worms, damit dieser seine Lehre widerrufen sollte. Doch dies tat Luther nicht. Die religiösen Streitigkeiten nahmen zu. Karl V. musste sich immer wieder mit den deutschen Fürsten, den Anhängern Luthers, auseinandersetzen. Außerdem führte er Krieg gegen den französischen König Franz I. und die Engländer und 1529 sogar gegen die Osmanen vor Wien. Ermüdet vom Regieren setzte Karl V. seinen Bruder Ferdinand als Herrscher von Österreich und Deutschland ein. Seinem Sohn Philipp gab er Spanien und die Niederlande. Seinen Lebensabend verbrachte er im Kloster. Philipp II. erwies sich als sehr strenger und gläubiger Herrscher. Neue Ideen und freidenkende Menschen lehnte er ab. 1571 schlug er die Osmanen bei Lepanto auf See. Danach verfolgte er in Spanien und anderen Teilen seines Reichs die Protestanten. Doch im Norden der Niederlande stieß er auf heftigen Widerstand. Als sein Herzog Alba versuchte, dort mit grausamen Hinrichtungen durchzugreifen, erhob sich das Volk und befreite sich 1579 von den spanischen Truppen, die dort unter Philipp II. einmarschiert waren. Eine weitere Niederlage musste Philipp II. durch die Engländer und Elisabeth I., Tochter Heinrichs VIII. erfahren. Die englische Königin hatte ihre Widersacherin, die katholische Königin Maria Stuart, köpfen lassen und den Niederlanden im Kampf gegen Spanien geholfen. Daraufhin schickte Philipp eine große spanische Flotte, Armada, nach England. Doch die Engländer überraschten die Spanier aus dem Hinterhalt und vernichteten deren Schiffe. Auch für Indien und Amerika griffen englische Handelsschiffe immer wieder die spanischen an und verdrängten damit Spanien als Kolonialmacht. Niederländische und englische Kaufleute gründeten Handelsniederlassungen, die sehr schnell an politischem Einfluss gewannen und große Machtbereiche besaßen. Bemerkenswertes Luther und das Deutsche Luther wollte die Bibel übersetzen, damit das ganze deutsche Volk sie lesen konnte. Es gab allerdings nur eine Vielzahl von Dialekten in Deutschland und keine richtige Hochsprache. Luther wählte dann einen Dialekt, der allen verständlich war, und schuf damit das Deutsche, das dem Unsrigen bereits sehr ähnlich war. Kolumbus Es gibt wohl kaum einen Entdecker, über den die Meinungen der Nachwelt so unterschiedlich sind wie über Christoph Kolumbus. Die einen bezeichnen ihn als Hochstapler und Größenwahnsinnigen, der nur auf Profit aus war. Die anderen sehen in ihm den wahren Entdecker der neuen Welt, der damit eine entscheidende Wende im Lauf der Menschheitsgeschichte einleitete. Wahrscheinlich steckt in beiden Ansichten ein Körnchen Wahrheit. Kolumbus wollte einen kürzeren Seeweg nach Indien finden. Indien war für ihn das Land des Goldes. Von dort erhoffte er sich unermessliche Reichtümer. Die Erkenntnis, dass die Erde rund war, wurde allmählich als richtig anerkannt. Man hatte jedoch noch keine Vorstellung davon, wie weit die einzelnen bekannten Kontinente auseinanderlagen. Kolumbus und auch viele andere entdeckungsfreudige Menschen waren der Meinung, dass man statt nach Osten über Land Indien viel schneller Richtung Westen über das Meer erreichen könnte. Denn seines Wissens nach gab es zwischen den Kontinenten Europa und Asien nur Wasser. Das sollte sich als großer Irrtum herausstellen. Kolumbus wandte sich an das portugiesische Königshaus, um Geld und Schiffe für seine Reise zu bekommen. König Johann II. von Portugal reagierte sehr zurückhaltend auf die Forderungen von Kolumbus, da er eventuellen Ruhm und Reichtum für sich beanspruchen wollte. Seine königlichen Kosmografen, mittelalterliche Geografen, prüften Kolumbuspläne, taten sie aber offiziell als Unsinn ab. Der König ließ zwei seiner Seefahrer die Route des Kolumbus erforschen, aber wegen Sturms mussten sie aufgeben. Einige Jahre später stellte das Herrscherpaar Isabella und Ferdinand von Spanien trotz hoher Forderungen von Kolumbus, der unter anderem den Rang eines Admirals, das Anrecht auf Steuereinnahmen und den Titel des Vizekönigs von Indien wollte, zwei Schiffe und finanzielle Mittel bereit. Ein drittes Schiff mietete Kolumbus sich selbst. Am 3. August 1492 segelte er von Spanien aus los. Wochenlang war kein Land in Sicht, die Mannschaften wurden immer unruhiger, doch plötzlich tauchten Inseln am Horizont auf. Wer sie nun tatsächlich zuerst gesichtet hat, ist bis heute nicht gesichert, aber Kolumbus erhob selbst Anspruch darauf. Diese Inseln erhielten seiner falschen Entdeckung zu Ehren den Namen Westindische Inseln oder auch Westindien, den sie heute noch tragen. Was Kolumbus noch nicht wusste, er hatte nicht Indien, sondern einen neuen Kontinent entdeckt. Vasco da Gama erreichte schließlich 1497 Indien mit dem Schiff. Kolumbus folgten viele weitere europäische Entdecker wie Hernando Cortés, Vastidas und Juan de la Cosa, Ponce de Leon oder John Cabot. Die meisten Entdecker und ihre Mannschaften brachten großes Unheil über die Ureinwohner, sowohl in Nord- als auch in Mittel- und Südamerika. Mit den Europäern kamen Krankheiten ins Land, gegen die die Einheimischen keine Abwehrkräfte hatten. Ganze Dörfer starben aus. Hinzu kam das rücksichtslose Morden, das die Entdecker unter den Indianern betrieben, sowie die Ausbeutung des Landes an wertvollen Rohstoffen. Das und auch der Handel mit Sklaven aus Afrika und deren Einsatz auf den Plantagen oder in den Minen zerstörte nach und nach hochentwickelte Kulturen wie die der Azteken, Maya und Inka. Bis heute sind die indianischen Ureinwohner Minderheiten geblieben, die hart um ihre Anerkennung kämpfen müssen. Bemerkenswertes Warum heißt die neue Welt Amerika? Kolumbus war bis zu seinem Tod der festen Überzeugung, dass es sich bei dem neuen Kontinent um Indien handelte. Aus dieser Vorstellung leitet sich die Bezeichnung Indianer für die ehemaligen Ureinwohner ab. Erst der Entdecker Amerigo Vespucci erkannte, dass es wohl um einen neuen, bislang unerforschten Kontinent ging. Die Mitglieder der Vogesen-Akademie, unter ihnen der deutsche Geograf Martin Waldseemüller, erhoben Amerigo Vespucci im Jahr 1507 zum offiziellen Entdecker des neuen Kontinents und benannten diesen nach ihm. Amerika. Interessanterweise waren die Spanier während der dritten Reise des Kolumbus auf einen Indianerstamm in Nicaragua gestoßen, der seine Hochebenen Amerigo nannte. Buchdruck und Gesellschaft Die Erfindung der Schrift ist ein wesentlicher Bestandteil aller entwickelten Zivilisationen. Im Buch ist das Kulturgut eines Volkes, seine Geschichte, seine Religion und seine Philosophie festgehalten. Darin wird es für die Nachwelt aufbewahrt. In schriftlicher Form geschieht dies in einem viel größeren und genaueren Umfang als durch die mündliche Überlieferung. Wissen ist Macht. Das beweist die Menschheitsgeschichte. Völker mit hochentwickelten Kulturen hinterließen stets auch eine Fülle schriftlicher Zeugnisse, von denen einige, wie die griechischen und römischen Werke, sogar heute noch aktuell sind. Die Schrift war schon immer eng mit der technischen Herstellung der Schriftmedien verbunden. Bereits im antiken Ägypten stellte man Bücher in Form von Papyrusrollen her. In China wurden im 11. Jahrhundert nach Christus einzelne Buchstaben, Lettern, aus Ton gebrannt. Sie wurden in einem Wachsblock zusammengefügt, eingeschwärzt und auf Papier gepresst. Damit war der erste Text gedruckt. Später verwendete man statt der Blöcke aus Wachs solche aus Holz. Im mittelalterlichen Europa wurden die meisten Bücher in den Klöstern von Hand geschrieben. Doch die Herstellung eines solchen Werkes dauerte oft viele Jahre und war für die meisten Menschen unerschwinglich. Manchmal schnitzte man ganze Texte in Holzblöcke. Als Druckerpresse dienten Maschinen, die einer Weinpresse ähnelten. Doch auch dieses Verfahren war sehr aufwendig und wurde meist nur für Überschriften oder zur Dekoration der Buchseiten verwendet. Den restlichen Text schrieb man weiterhin mit der Hand. Die Erfindung der Druckmaschine mit beweglichen Lettern im 15. Jahrhundert, die Johannes Gutenberg zugeschrieben wird, stellt eine technische Revolution dar, die enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft hatte. Viele Historiker setzen mit der für diese Zeit ungeheuerlichen Vervielfältigung des Schrifttums das Ende des Mittelalters gleich. Gutenberg fertigte einzelne Lettern aus einer Mischung aus Blei und Zinn. In einer von ihm entwickelten Schiene konnte er die Lettern immer wieder zu neuen Wörtern, Zeilen und Texten zusammensetzen. Gepresst wurde allerdings noch von Hand. Gutenbergs erstes Werk war die bekannte Gutenberg-Bibel, wovon etwa 200 Exemplare gedruckt wurden. Viele weitere Werke sowie Flugschriften und auch Landkarten folgten. Auch das Universalgenie Leonardo da Vinci beschäftigte sich mit der Drucktechnik. Er schlug vor, das Papier horizontal und die Presse vertikal zu bewegen. Damit konnte das Drucken fortlaufend vonstatten gehen. Wieder war ein revolutionärer Schritt getan. Von nun an konnten Bücher in sehr großen Mengen gedruckt werden. Das bedeutete eine bis dahin nie erreichte Verbreitung von Informationen und Wissen unter viel größeren Bevölkerungsschichten. Diese Entwicklung wiederum regte viele Menschen verstärkt zum Lesen und Schreiben an. Bücher und Schriften waren nicht mehr ausschließlich ein Instrument des Adels und der Kirche. Mit den rasanten Entwicklungen in der »schwarzen Kunst«, wie die Buchdruckerei wegen der Druckerschwärze genannt wurde, verbreiteten sich neues politisches Gedankengut und religiöse Ideen viel schneller als zuvor. Für Kirche und Obrigkeit wurde es dagegen immer schwieriger, das revolutionäre Ideengut zu unterdrücken. Ein Großteil der Bevölkerung konnte sich das neue Wissen selbstständig aneignen. Das bewirkte einen generellen Anstieg des Bildungsniveaus. Die Menschen begannen, die Lehren der Kirche und ihres Staates zu hinterfragen. Und Reformer wie Martin Luther und seine Mitstreiter Ulrich von Hutten und Hans Sachs nutzten das Buch bzw. die Flugschrift, um ihre Ideen schnell zu verbreiten. Luther führte diese Entwicklung mit seiner Übersetzung der Bibel ins Deutsche fort. Sein Anliegen war es, die Bibel für jeden zugänglich zu machen. Nicht nur der Klerus sollte die bislang in lateinischer oder griechischer Sprache verfasste Heilige Schrift lesen und auslegen können, sondern jeder einzelne Mensch. Bemerkenswertes Das Instrument der Macht Während die Kirche die neue Entwicklung im Buchwesen verurteilte, erkannte beispielsweise Kaiser Maximilian I. den besonderen Wert des neuen Mediums für seine machtpolitischen Zwecke. Er nutzte die Flugschriften unter anderem, um Einfluss auf sein Volk zu gewinnen. Auch im Krieg gegen den Stadtstaat Venedig bediente er sich der Flugschriften, um die Venezianer gegen ihre Herrscher aufzuwiegeln. Seine Flugschriften wurden bei günstigem Wind an Ballons gehängt. Sobald die Ballons die feindlichen Linien passiert hatten, wurden sie abgeschossen und so das Propagandamaterial über dem feindlichen Gebiet verteilt. Wissenschaftliche Entdeckungen Die wissenschaftlichen Entdeckungen zu Beginn der Neuzeit waren ein Antrieb für viele bahnbrechende wirtschaftliche und technische Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte. Mit ihnen werden die Anfänge der modernen Naturwissenschaften, der Physik, der Chemie und Medizin begründet. Die Erforschung und Entdeckung der Natur, das neu erwachte Interesse für die Gesetze der Natur, die nicht mehr bloß als Gott gegeben hingenommen wurden, gaben dem Menschen ein völlig neues Verständnis von sich selbst und seiner Umwelt. Das hatte unter anderem auch immense Auswirkungen auf die bisher sehr starre politische und gesellschaftliche Ordnung in Europa. Abgesehen von der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg war vor allem die Entwicklung zahlreicher Navigationsgeräte in der Schifffahrt von enormer Bedeutung. Die Funktionsweise des Kompasses und die astronomische Navigation durch den Sextanten wurden verbessert. Damit war die Bestimmung des Kurses per Kompass und der Position eines Schiffs mithilfe des Sextanten möglich. Mit diesen Entdeckungen entwickelte sich die Küstenschifffahrt zur Schifffahrt auf hoher See und die Entdeckungsreisen konnten wesentlich präziser geplant werden. Europa war erfüllt von der Aufbruchsstimmung in neue Welten, von der buchstäblichen Erweiterung neuer Horizonte. Nachdem die Kugelgestalt der Erde wissenschaftlich anerkannt war, entwarf der Deutsche Martin von Beheim 1492 den ersten Globus. Zu dieser Zeit machte sich Christoph Kolumbus auf den Seeweg nach Indien. Selbstverständlich waren auf dem Globus nicht alle Kontinente, geschweige denn alle heute bekannten Länder abgebildet. Doch die Menschen erhielten durch den Globus eine viel anschaulichere Vorstellung von der Erde. Das Interesse galt jedoch nicht nur der Erde. Auch am Himmel konnten die Menschen aufgrund von speziellen Erfindungen neue Entdeckungen machen. In Holland hatte man bereits um 1600 die ersten Fernrohre gebaut, mit denen man bestimmte Objekte um ein Vielfaches vergrößert sah. Der Italiener Galileo Galilei entwickelte diese Erfindung weiter und baute ein leistungsfähiges Teleskop, mit dem er am Himmel erstaunliche Beobachtungen machen konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt galt die Lehre des griechischen Naturforschers Claudius Ptolemaios als unangefochten. Das ptolemäische Weltbild erklärte die Erde als Scheibe, die sich im Mittelpunkt des Universums befindet. Doch der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus untersuchte die Bewegung der Planeten und kam zu dem spektakulären Ergebnis, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt, wie bislang angenommen. Der Italiener Giordano Bruno wagte sich noch einen Schritt weiter als Kopernikus. Er erklärte, dass das Universum keinen Mittelpunkt habe, sondern unendlich sei. Mit der Vorstellung der Unendlichkeit des Weltalls, in dem die Erde eine kleine, zufällige Rolle spielt, wurde die bisherige kirchliche Vorstellung der göttlichen Ordnung bis in die Grundfesten erschüttert. Giordano Bruno wurde als Ketzer verbrannt. Leonardo da Vinci beschäftigte sich im naturwissenschaftlichen Bereich unter anderem mit dem menschlichen Körper. Er sezierte Leichen, was zuvor strikt verboten war, und schrieb über den Aufbau des menschlichen Körpers, die Anatomie. Der Arzt, Naturforscher und Philosoph Paracelsus begründete unter anderem die pharmazeutische Chemie, mit deren Hilfe wirksame Medikamente entwickelt werden konnten. Mit den Errungenschaften der Technik wurde die Geschichte der Menschheit auch in einer anderen Hinsicht entscheidend verändert. Durch die Erfindung des Schießpulvers. Die Chinesen hatten es bereits um das Jahr 1000 nach Christus entdeckt und hauptsächlich für harmlose Feuerwerke verwendet. Erst im ausgehenden Mittelalter stießen europäische Kaufleute in China auf das Pulver und führten es in Europa ein. Die Europäer hatten jedoch weniger Interesse an Feuerwerkskörpern, sondern konzentrierten sich auf die Entwicklung von Waffen. Dadurch entstand ein neuer Wirtschaftszweig, die Rüstungsindustrie. Bemerkenswertes Die Erfindung des Teleskops Das Teleskop ist ein Symbol dafür, dass die Menschen jener Zeit über den Tellerrand ihrer Welt hinaus blicken wollten. Die Erfindung dieses Instruments ermöglichte es schon damals, vieles über das Universum zu erfahren, das die Erde umgibt. Denn Planeten, Weltraumnebel, Milchstraßen, Kometen wurden mit dem Teleskop entdeckt, lange bevor die erste Rakete in den Weltraum flog.